Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 22. November. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute wieder auf die Märkte schauen, speziell mal hier auf den Euro, der allerdings hier im British Part abgerechnet wird, also Euro gegenüber British Fund. Das ist jetzt mal hier interessant dahingehend, dass die Schwäche beim Euro generell sich weiter auch niederschlug, wie hier Preiskorrekturen sehen und und längst hatten wir das Paar auch schon mal im Fokus. Ich erinnere hier an den 11. November, hier an diese Situation, dass im Prinzip hier auf Tagesbasis leichte Dips erwartet wurden oder aber auch schon ein direkter Lauf nach oben. Wir sehen, es ging weiter nach unten und wir sind jetzt hier an einem Punkt, der große Aufmerksamkeit erfahren sollte. Wie gesagt, hier gab es durchaus die Stabilisierungsmöglichkeit, aber letztlich zog die Trendlinie hier offenbar den Preis an, wobei natürlich Trendlinie immer ein Stück weit relativ von Natur sind, aber interessant, wie der Preis jetzt eben aktuell hier genau an dieser Trendlinie des Sommers, also vor dem Brexit-Event oder nach dem Brexit-Event vielmehr hier, wurde diese Trendlinie ausgebildet und genau da notieren wir. Wiederholt sich hier die Situation wie im September? Wir wissen es nicht genau, wir müssen es einfach mal abwägen. Tatsache ist, heute kommen wir ein Stück weit von den Tiefs bereits wieder hoch und wie wir nachher sehen werden, ist auch ein Pattern nach der Fuzi-Vektor-Logik hier durchaus sehr, sehr interessant. Wir müssen aber natürlich auch auf die News schauen, die hier sozusagen am Dienstag immer wieder auch zu erwarten sind. Und da haben wir heute hier zum Beispiel eben einen öffentlichen Finanzierungsbedarf und dann eben hier um 12 Uhr auch noch die Erwartung der Industrieaufträge. Also hier kommt von konjunktureller Seite auf jeden Fall auch noch was rein, das muss man berücksichtigen im Sinne der Volatilität, gerade beim britischen Pfund. Das reagiert hier dann doch immer sehr, sehr scharf. Grundsätzlich setzt sich aber die Abwärtsbewegung weiter fort. Ganz kurz mal das große Bild hier auf Monatsbasis. Sehr, sehr schön zu sehen, dass wir hier zwischen 0,92, 50, 0,90 hier in diesem Widerstandsbereich, Widerstandsbereich hier rund um 0,90, 70 ganz klar abgeprallt sind. Und hier diese aktuelle Monatskerze könnte nicht bärischer sein. Wir haben auch das Level von 0,87, 65 bereits aufgegeben. Das ist nicht unbedingt positiv. Das heißt, die Schwäche könnte sich hier auch durchaus weiter fortsetzen. Das muss man ganz klar unterstellen. Gut, aus der aktuellen Situation von Tagesbasis, also der Monatsbasis-Chart sieht nicht gut aus. Könnte auch tiefer gehen, aber natürlich technische Gegenreaktionen jederzeit möglich. Und da gehe ich auch hier eben mal auf die gerade angesprochene Fuzzi-Vektor-Logik ein, die sich eben hier heute sehr, sehr bullisch darstellt. Das heißt, wir haben heute hier ein Pattern, was in den vergangenen 17 Jahren 184 Mal auftrat, mit ganzen 78 Prozent hier zum Erfolg führte und im Schnitt sogar zu einem sehr starken Erfolg. Wir sprechen hier über eine Performance von 0,74 Prozent. Wo das genau herkommen soll, das Momentum, wissen wir nicht. Letztlich hat sich hier im Sinne der historischen Preisbewegungen tatsächlich ein solches Pattern ergeben, was eben hier einen steigenden, einen starken bullischen Tag voraussetzt. Die Session beginnt, wie gesagt, erst. Das britische Fund oder der Euro gegenüber dem britischen Fund selber hat aktuell erst 26 Pips zurückgelegt. Im Schnitt sind wir hier aktuell mit 90 bis 100 Pips unterwegs. Das heißt, hier dürfte noch einiges kommen. Und der Wochentag selber, heute hier der Dienstag, zwar eher neutral gehalten, mit 50 Prozent positiver Schlusspreise, aber letztlich eben hier einfach der Münzwurf. Und der wird eben aktuell hier ein Stück weit begünstigt durch das positive Fuzzi-Vektor-Logik-Pattern. Hingegen hier auf Tagesbasis, ja, mehr oder weniger im Sinne der Saisonalität, eher so eine Abwärtsphase zu erwarten ist, dann wieder hoch Anfang Dezember. Also gibt sich hier, gerade wenn wir die Punkteskala sehen, auch nicht wirklich starkes Momentum. Und insofern konzentrieren wir uns mal auf das, was wir haben. Sollten wir keine neuen Tagestiefs machen, insbesondere nicht unter das gestrige Tief zurückfallen, das hier bei 0,8489 lag, dann könnte es hier durchaus eine technische Gegenreaktion sehen. Wir haben gesehen, 8612 etwa oder 8617 wäre hier ein Ziel-Level. Und das schauen wir uns mal auf Tagesbasis an, beziehungsweise vom Tag in den Stunden-Chart. Lässt sich hier im Stunden-Chart sehr schön sehen. Okay, wir haben hier eine Zone, die hier ganz klar als Widerstand definiert werden kann. Und dieses Level deckt sich so gut wie auch mit dem entsprechenden Ziel-Korridor des heutigen Tages nach der Fuzzi-Vektor-Logik. Das sieht also eigentlich ganz interessant aus. Und wenn wir eben hier den Pivot-Point heute überwinden und hier dynamisch weiter ansteigen, keine neuen Tiefs machen, eben hier die Tiefs aus der Asia-Session nicht unterschreiten, nicht unter 0,8489 gehen, kann das Währungspaar hier durchaus eine Erholung erfahren, die eben jetzt hier statistisch getragen durchaus in Richtung 0,86 führen könnte. Das heißt also, der Euro müsste heute, könnte heute hier einen bullischen Bias erfahren. Bullische technische Gegenreaktion ist sowieso fast schon angebracht nach der Schwäche der jüngsten Zeit. Aber geben Sie Obacht, wie gesagt, wenn das gestrige Tief der Asia-Session unterschritten wird, dann kann es auch hier ganz klar weiter gen Süden gehen. Und das muss man natürlich hier auch berücksichtigen. Aber es sieht ganz interessant aus. Insofern heute mal einen Blick auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund werfen und mal abwarten, was sich denn hier da noch darstellt. Letztlich seit dem Abend und hier in der Asia-Session nicht viel passiert. Wenn hier aber Momentum nach oben aufkommt, gerade der Pivot-Point auch überschritten wird, dann kann hier durchaus was gehen. Sollte man definitiv mal im Hinterkopf haben. Ob das natürlich jetzt hier, wenn wir bis 0,86 laufen, eine größere Erholungsgeschichte wird, bleibt mal abzuwarten. Technisch gesehen haben wir hier auf Tagesbasis bei 0,86, 70, 0,86, 80 einen Widerstandsbereich. Ich werde das Ganze mal rot einfärben. Das ist auf jeden Fall jetzt hier ein Level, wo, wenn es denn eine Erholung gibt, das Währungspaar durchaus sich den Kopf stößt. Und da wird es dann eben spannend zu sehen sein, ob der Markt hier nach oben rausziehen kann oder eben dann doch nach unten läuft. Und dann entscheidet sich hier mehr oder weniger zwischen 0,86, 0,87 das weitere Geschehen. Grundsätzlich halte ich aber auch natürlich Rückläufe bis 0,83, 0,82, 50 für nicht gänzlich ausgeschlossen. Gerade wenn eben hier neue Wochentiefs gemacht werden, dann muss man einfach sagen, okay, dann zeigt der Tendenzfall wohl doch eher nach unten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für das heutige JFT-Devisenradar. Kleine Info am Rande. Morgen entfällt das JFT-Devisenradar aufgrund einer Reise. Ebenso auch das Webinar am Nachmittag wird sozusagen ausfallen. Wir versuchen am Donnerstag wieder on-air zu gehen und am Freitag. Das mal als Information für die kommenden Tage. Und ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall erstmal einen erfolgreichen Handelstag wie immer. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns in Belde wieder oder dann heute noch auf dem JFT-Desktop beziehungsweise gegebenenfalls bei einem Pick aus dem Trading-Alltag, wenn sich was ergibt, auf meinem Desktop. Ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag und auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Ansonsten wünsche ich Ihnen etwas